Musik Ich möchte Sie sehr herzlich vom Sachsenring bei Hohenstein-Arnstal am heutigen zweiten Renntag begrüßen. Wir erwarten den Start der Serientourenwagen, der Spezialtourenwagen der Gruppe A bis 1300 Kubikzentimeter. Und nach einem Regenguss am heutigen Morgen, einem Gewitter der Güte Klasse 1, ist die Strecke abgetrocknet und wir erwarten den Start. Musik Oh, jetzt wird es hier unten erst einmal eng, wenn es in die erste Schikane hineingeht. Und der Trainingsschnellste hat sich an die Spitze gesetzt und das ist Klaus Burke von Fernseelektronik Berlin und hinter ihm sah ich Hans-Järvin Körkel aus Zähden. Das sind die ersten beiden der 23 Wagen, die das Rennen unter 9 wurden, gleich 77,5 km. Musik Wenn Sie gestern nicht dabei waren bei den Übertragungen der Motorrad, wollte dann jetzt erst einmal in dieser ersten Grunde ein Blinker um die Grecke, die von den 15 elektronischen Kameras eingefangen wird. Kamera 4 am Eingang zum Badberg. Die Rechtswürfe und nun links hinein und hinauf geht es. Die Steigung, da haben Sie mit der 97 Hans-Järvin Körkel. Kamera 6 am Badberg. Dann werden die Fahrer oben an der Lutherhöhe in Empfang genommen, im höchsten Punkt der Rennstrecke. Musik Ja, diese Schikane da unten ist schon so eine Art Scharfrichter dort. Trennt sich schon ein wenig die Spreu vom Weizen. Klaus Gohlke, im Vorjahr, nein, 1987 war er DDR-Meister, jetzt in der MTS-Kurve. Eine, oh, da hat er ein bisschen Probleme. Aber der Abstand zum nächstfolgenden ist im Moment für ihn noch beruhigend. Und parallel zur Autobahn geht die lange Gerade hinüber zur Kurve der Jugend. Musik Gohlke, Gorgel. Auch diese schwer zu fahrende Kurve wird sauber hier in dieser ersten Runde genommen. Und nun heißt es Volldampf, volles Gas aufmachen. Jetzt geht es hinunter, die lange Abfahrtsstrecke vorbei am heiteren Blick. Und da wird uns der Hubschrauber helfen. Die Kollegen in der Luft haben uns am gestrigen Tage hervorragende Bilder gezeigt. Und sie bemühen sich auch heute wieder, Ihnen einen Eindruck von den Rennen auf dem Sachsenring zu vermitteln. Abstände kann man hier natürlich fantastisch sehen. Hier unten Klaus Gohlke, der mächtig Dampf aufmacht in dieser ersten Runde. Dahinter seine beiden nächsten Kontrahenten. Da ist die zweite Schikane. Und da geht man voll durch. Wie schaffen es die anderen da oben? Ah, geht auch. Prima. So, und gleich ist er bei uns hier unten am Start und Ziel. Auch für die Wagen ein guter Streckenbelag. Es lässt sich prima fahren, sagten mir heute früh bereits Fahrer, die am gestrigen Nachmittag fleißig trainierten. Zweikampf um den Platz 2. Noch ist Gorgel auf der zweiten Position. Gohlke kommt als erster heraus. Dann Gorgel. Dahinter mit Start Nummer 86, Bernd Müller, der Vizemeister des Vorjahres. Das sind also die ersten drei. Gorgel, der Vizemeister des Vorjahres, der Vizemeister des Vorjahres, der Vizemeister des Vorjahres. Stadt Hohenstein-Ernsthal, die beiden Kampfhene. Es ist sehr nervös, da hinten diese Steuerreihe von Müller. Diesen Kurveingang hat er gut bekommen. Und Klaus Gohlke ist bereits auf der Lutherhöhe. Ja, hier sehen Sie selbst, wie groß bereits der Abstand ist. Gorgel. Und Bernd Müller, der schert jetzt aus, aber nein, das wird noch nichts, das kann noch nichts werden. Dann gucken wir noch einmal nach, wen haben wir in der vierten Position. Das ist Start Nummer 87, Wolfgang Krug, Angriffsversuch. Und gelungen. Bernd Müller ist durch, geht als zweiter Mann in die MTS-Kurve. Gorgel jetzt dritter. Ja, und auf Platz vier dahinter kommt Wolfgang Krug, der großen Heiner, der im vergangenen Jahr den DDR-Meistertitel in dieser Klasse erkämpfte. Und ich kann vor diesem Mann nur immer wieder den Hut ziehen. Er gehört zu den unverwüstlichen Motorsportlern, die seit vielen Jahren, hier kann man schon sagen, seit Jahrzehnten aktiv sind. Ich kann mich noch erinnern, 1961, da fuhr dieser Mann damals noch als junger Heißsporn Motorradrennen. Dann stieg er später auf die Vierradfahrzeuge um. Und seitdem findet man ihn immer wieder im Vorderfeld dieser Klasse. Und das ist schon eine ganz großartige Leistung. Hier unten links sehen Sie Klaus Gohlke auf der Abfahrt, jetzt am heiteren Blick vorbei. Dafür hat er keinen Blick, er muss sich auf die Strecke konzentrieren. Noch nicht zu erkennen, die beiden Verfolger. Erst jetzt kommen sie. Na, hoffentlich macht Gohlke nicht zu viel Dampf auf in diesen letzten Runden. Ich möchte hier nun wahrlich nicht unken, aber mir scheint, der ist unwahrscheinlich schnell. Und bei diesen Temperaturen, ja, mit schwül warm hier draußen, um nicht zu sagen heiß, da müssen natürlich auch die Motoren das letzte hergeben. Bernd Müller, konnte man sehen, hat sich gelöst von Gorgel. Da rührt der Lada heran. Hinein in den Queckenberg. Etwa 95 kW oder 130 Pferdestärken sind gut zu wenden. Und diese Wagen sind alle für Geschwindigkeit um 200 km pro Stunde gut. Bernd Müller notieren wir als Zweiten, hier ist der Milz. Und auch Wolfgang Krug hält sich weiter gut im Rennen. Dahinter notieren wir dann Hans-Jürgen Keppler, der auch seinen Skoda recht gut noch im Rennen hat. Mit der 97 Hans-Jachim Gorgel aus Zedenik. Dritter, da ist der vierte, da ist Wolfgang Krug. Müller, Gorgel, Hans-Jachim Gorgel, muss da abreißen lassen. Und da ist natürlich für den Schatten hier nichts mehr drin. Die einzige rennfahrende Dame, die wir in diesem Feld haben, nämlich Bettina Siegert, die liegt zur Zeit auf Platz 11 bei 23 gestarteten Wagen. Auch das möchten wir vermerken. Wenn wir sie mal ins Bild bekommen, sie trägt die Startnummer 9 und 90. Reihenfolge und Abstände sind an der Rupferhöhe geblieben. Wolfgang Krug war das eben. Ja, Klaus Gurke, der im vergangenen Jahr doch ein wenig Pech hatte mit seinen Lons. Er kam nicht so zum Zuge, wie er sich das vorstellte. Er kann natürlich auf einige große Erfolge schon verweisen. 1986 holte er sich den Titel eines Vizemeisters. 1987 schaffte er den Sprung auf das oberste Tröppchen. Ja, und wie es in diesem Jahr sich anlässt, nicht schlecht bis jetzt. Eingangkurve der Jugend. Wolfgang Krug. Ja, Wolfgang Krug. Er schmuggelt sich langsam hier heran an Hans-Jachim Gorgel. Also da hinten um Platz 3, da tut sich offensichtlich etwas, während wir Klaus wohl gesehen. Jetzt möchte ich mal die Tontechnik bitten, dass sie mir mal mein Reserve-Mikrofon mit aufmacht. Ich habe nämlich hier neben mir einen Gast sitzen. Und das ist Helmut Aßmann aus Gotha. Helmut Aßmann, der ja eigentlich der große Spezialist für die kleinen Autos, für die Trabant-Motoren ist. Aber Helmut, im Wesentlichen sind doch hier die Motorenleistungen fast gleich, wenn ich die 1300er Spezial-Tourenwagen sehe. Woraus resultieren nun diese großen Unterschiede in den Abständen? Ja, ich glaube wohl, dass es auch wieder am Tuner liegt oder an dem Fahrer selbst. Es gibt ja auch ein kleines Teamwork, soviel ich weiß, auch in dieser Klasse. Und unser Klaus Gohlke, der ja auch im Trabantsportstaub gewischt hat und nicht schlecht, hat sein Auto hier optimal im Griff. Es ist erstaunlich, die Drehzahlen, die ich so höre, ich glaube, sie liegen bei 7000 und mehr, da eine Stehfestigkeit reinzubringen. Ja, ich sagte das eingangs vorhin schon in der ersten Runde. Mir scheint, der Klaus Gohlke ist nicht nur unwahrscheinlich schnell, sondern er muss ein unwahrscheinliches Vertrauen zur Standfestigkeit seines Motors haben. Denn bei diesen Temperaturen ist ja die Motortemperatur unwahrscheinlich hoch. Ja, wir fahren zwar durchaus schon Spezialöle von Importfirmen, die vertragen natürlich einiges auf Kurbelwelle und Schnellbeben im Folgenmeer. Aber es können ja auch mechanische Schäden auftreten, ausklicken, Deckebäbel und so weiter. Da ist mir nichts ganz wohl, wenn ich das höre, um zu heurakeln. Wir wünschen Ihnen jedenfalls alles Gute, dem Kulte. Ja, und den anderen mit, denn ich meine, mir ist es lieber, alle kommen gesund am Ziel an und mit einem intakten Fahrzeug, nicht, dass wir dann unterwegs nur stehende Fahrzeuge sehen. Hier zum Beispiel, das ist die Bettina, eine junge Frau, die Bettina Siegert, 25 oder 26 Jahre ist sie jetzt. Und ich glaube, Helmut Aßmann, Sie aus Ihrer Worte können sicher auch bestätigen, so schlecht sieht sie gar nicht aus. Nein, es ist erstaunlich, eine Amazone, es frischt das Feld auf und Hochachtung vor dem Frauen. Ich möchte sagen, Sie sind eben zu solchen Leistungen auch einfach fähig. Nummer 99, Platz 11, vielleicht kann sie sich noch um diese oder jene Position verbessern. Schön wäre es für Sie, denn wir würden uns auch freuen, wenn Bettina sich in den nächsten Jahren noch weiter steigern könnte. Auf jeden Fall macht mir der Wagen einen guten Eindruck. Sie hat auf jeden Fall das Rüstzeug vom Hause Sonntag. Der Papa tut sicher alles, um Sie weiter nach vorn zu bringen. Ich habe so den Eindruck, es ist auch mehr oder weniger jetzt die Nummer 1 bei Sonntag. Er tritt so langsam in die zweite Reihe zurück, um bald Prognosen zu stellen und das finde ich auch wichtig. Ja, wenn ich vorhin von Wolfgang Krug sprach, dass er schon fast eine Legende im Motorsport ist, dann könnte man das ja von Siegert Sonntag genauso sagen. Ich kenne ihn noch als Motorradfahrer und er ist immer ein hervorragender Motorsportler gewesen. Das gilt auch eben für den Siegert, genau wie für den Mandelkrupp. Ja, wunderbar. Nun wollen wir uns mal wieder dem Renngeschehen weiter zuwenden. Wir haben hier unten mit der Stafnummer 91, Rüdiger Seifert aus Sangerhausen. Er liegt, na, ich möchte sagen, ein wenig im Mittelfeld. Er ist Sechster zur Zeit, also doch in der ersten Gruppe noch mit. Und hier unten, das ist der Spitzenreiter. Verfolgt oder beobachtet von der Hubschrauberkamera. Ja, vorbei, am heiteren Blick. Ja, und ich frage gleich nochmal, Helmut Assmann, ich mache das Mikro nochmal mit auf. Ich sagte vorhin, das ist die Vollgasstrecke. 200 kmh, kommen die hier etwa raus? Ja, würde ich unbedingt sagen. Ja, also wenn wir mit dem Trabi hier nahe 180 drauf bekommen, also dann muss von der Motorleistung her das auch kommen. Der CB-Wert, also der Fahrtwiderstandsluftwert ist bei den Wagen etwa gleich. Ja, die Karossen sind nicht die günstigsten, aber das ist der MNA-Sport. Man muss mit dem Fahrzeug fertig werden. Aber nun ist ja die Geschwindigkeit die eine Sache. Die zweite, das sind die Bremsen, die bei dieser Hitze natürlich unerhört leiden und vieles, vieles aushalten müssen. Und wenn die Bremswirkung nicht mehr voll da ist, dann nützt mir die größte PS-Zahl nichts. Dann kann ich nichts mehr unternehmen. Und ich glaube, das sind auch Dinge, wo die Fahrer ungern dran denken.